Die Umsetzung von Drehmoment und Leistung für den Fahrbetrieb übernehmen verlustarme und leicht schaltbare Getriebe von ZF. Je nach Motorisierung bzw. Kundenwunsch und Baureihe gibt es 5, 6 oder 9 Gangstufen. Die 6- und 9 Ganggetriebe entstammen der neuen ZF-Getriebe-Generation, die unter anderem mit einem überarbeiteten Leichtmetallgehäuse ausgestattet wurden. Als Basisversion steht für den TGL 7,5 Tonner das bewährte und preisgünstige ZF-5 Ganggetriebe zur Verfügung. Eine engere Stufung ist mit dem leichtgängigen ZF-6 Ganggetriebe möglich. Für die oberen Leistungsstufen und für Transporte auf anspruchsvollen Topografien sowie als Basisausstattung für den TGM kommt das 9 Ganggetriebe zum Einsatz. Bei allen Varianten wird dem Fahrer die momentane Gangstufe am Display angezeigt. Hiervon profitieren insbesondere ungeübte Lenker, weil die Gefahr von Fehlschaltungen sinkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017